hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute präsentiere ich euch die gold funken raketen von funke feuerwerk sehr sehr schöne premium raketen sechs stück insgesamt im sortiment enthalten wir haben hier so zwei gelbe zwei blaue zwei rote und mir haben diese raketen wirklich sehr sehr gut gefallen auf den videos man hört auch nur sehr gutes darüber aber heute werde ich sie selber mal testen weil ich die noch nicht hatte und ich wünsche euch einfach mal viel spaß mit diesem video gold funken wir haben die dorado fährt zweimal hier also die gelbe zweimal ich bin echt gespannt mein erstes mal gold funken raketen von funke ich freue mich los geht's alter was eine standzeit holy shit krass echt super dann haben wir die hydra also die blaue die sind echt gut schöne standzeit vom gold effekt dann hydra auch sehr schön den blaueffekt hat man leider auf kamera jetzt nicht so gesehen aber ich kann euch versichern diesen top so und die heißt phoenix dann los geht's weiter mit der phoenix heftig sehr schöne raketen heute kann man kaufen auf jeden fall danke fürs zuschauen so o you so Bis zum nächsten Mal.